Hallo, mein Name ist Leila. Ich bin 46 Jahre alt und vier Jahre Mutter. Ich trainiere seit anderthalb Jahren hier. Meine längste Tochter, sie ist neun Jahre alt. Sie trainiert seit vier Jahren hier in der Akademie für Selbstbeteiligung bei Sifu Kaihan im KWD-System. Bei meiner Tochter hat sich durch das Training bei Sifu Kaihan sehr positive Eigenschaften entwickelt. So wie zum Beispiel, sie geht in Konfliktsituationen anders um, ihre Konzentration hat sich verbessert, vor allem ihre Selbstbewusstsein hat sich gestärkt, die schulischen Leistungen sind deutlich besser geworden. Ich finde es einfach toll. Warum ich im KWD-System bin, was mein Kind gut tut, tut mich auch gut. So habe ich mich für ein Probetraining entschieden. Es hat mir mega Spaß gemacht. Die Teilnehmer sind super nett. Es wird in einem disziplinierten, respektvollen, familiären Atmosphäre trainiert. Es ist nicht nur Selbstbeteiligung, sondern auch eine Entwicklung der Persönlichkeit ist da. Vor allem, es hält dein Körper, dein Geist, gesund und fit. Ich kann es nur jedem weiterempfehlen. Kommt zum Probetraining, probiert es einfach aus. Kommt zum Probetraining, probiert es einfach aus.